Dialog 1 Deutsche Sprichwörter und Redewendungen In dieser Unterhaltung zwischen Alex und Anna tauschen sie sich über deutsche Sprichwörter und Redewendungen aus. Sie erklären sich gegenseitig die Bedeutung und Verwendung dieser Ausdrücke. Hallo Anna, wie geht es dir heute? Hallo Alex, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut, danke. Weißt du, ich habe neulich ein interessantes deutsches Sprichwort gehört. Es lautet, aller Anfang ist schwer. Oh ja, das ist ein bekanntes Sprichwort. Es bedeutet, dass es oft schwierig ist, mit etwas Neuem zu beginnen, aber je mehr man übt, desto leichter wird es. Genau, es ist wie beim Deutschlernen. Am Anfang kann es schwierig sein, aber mit Übung wird es einfacher. Das stimmt. Es ist wichtig, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. Absolut. Es gibt auch ein anderes Sprichwort, das ich mag, Übung macht den Meister. Oh ja, das höre ich oft. Es bedeutet, dass durch ständiges Üben und Wiederholen man in etwas immer besser wird. Genau, egal ob es ums Lernen, Sport oder andere Fähigkeiten geht, Übung ist der Schlüssel zum Erfolg. Da hast du recht. Es erinnert mich daran, wie wichtig es ist, kontinuierlich zu lernen und zu üben. Ganz genau. Es gibt noch ein Sprichwort, das ich kenne. Ehrlich wird am längsten. Ja, das bedeutet, dass es besser ist, immer ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal schwierig ist. Richtig. Ehrlichkeit schafft Vertrauen und ist eine wichtige Eigenschaft in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich stimme dir zu. Ehrlichkeit ist immer der beste Weg. Hast du auch ein deutsches Sprichwort, das du magst? Ja, ich mag das Sprichwort, Morgenstund hat Gold im Mund. Oh ja, das höre ich oft von meinen Eltern. Es bedeutet, dass der Morgen eine besondere Zeit ist, um Dinge zu erledigen oder zu lernen. Genau. Es ist die beste Zeit, um produktiv zu sein, und den Tag gut zu beginnen. Ich stimme dir zu. Der Morgen ist eine Zeit voller Möglichkeiten. Es gibt noch ein weiteres Sprichwort, das ich mag. Lachen ist die beste Medizin. Das ist wahr. Es bedeutet, dass Lachen uns glücklich und gesund macht. Genau. Es ist wichtig, das Leben mit Humor zu nehmen, und auch in schwierigen Zeiten zu lächeln. Da hast du recht. Lachen hilft uns, Stress abzubauen und positiv zu bleiben. Ich bin froh, dass wir diese deutschen Sprichwörter und Redewendungen teilen können. Es ist eine gute Möglichkeit, die Sprache und Kultur besser zu verstehen. Auf jeden Fall. Sprichwörter und Redewendungen sind ein wichtiger Teil einer Sprache und vermitteln oft tiefere Bedeutungen und Weisheiten. Genau. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche über die deutsche Sprache und Kultur. Ich mich auch, Anna. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Alex. Hallo Anna. Wie geht es dir heute? Hallo Alex. Mir geht es gut. Danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Danke. Weißt du, ich habe noch ein interessantes deutsches Sprichwort gehört. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Oh ja. Das ist ein Mutivierendes Sprichwort. Es bedeutet, dass man, wenn man entschlossen ist, eine Lösung für ein Problem finden wird. Genau. Es erinnert mich daran, dass Hindernisse überwunden werden können, wenn man nur fest genug daran glaubt. Das ist eine wichtige Einstellung, besonders wenn man vor Herausforderungen steht. Absolut. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, viele Wege führen nach Rom. Das bedeutet, dass es oft mehrere Möglichkeiten gibt, ein Ziel zu erreichen. Richtig. Jeder kann seinen eigenen Weg finden, um zum Erfolg zu gelangen. Das ist wahr. Es ist wichtig, offen für verschiedene Lösungen zu sein. Genau. Es gibt noch ein Sprichwort, das ich mag. Wer A sagt, muss auch B sagen. Oh ja. Das höre ich oft. Es bedeutet, dass man, wenn man eine Verpflichtung eingeht, auch die Konsequenzen akzeptieren muss. Richtig. Es ist wichtig, zu seinem Wort zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Ich stimme dir zu. Verlässlichkeit ist eine wichtige Eigenschaft. Hast du noch ein deutsches Sprichwort, das du gerne magst? Ja. Ich mag das Sprichwort, in der Kürze liegt die Würze. Das ist ein interessantes Sprichwort. Es bedeutet, dass kurze und prägnante Aussagen oft wirkungsvoller sind. Genau. Manchmal sagt ein kurzer Satz mehr als tausend Worte. Das stimmt. Es ist wichtig, sich klar und verständlich auszudrücken. Es gibt noch ein weiteres Sprichwort, das ich mag. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Oh ja. Das ist eine Mahnung zur Prokrastination. Es bedeutet, dass man Aufgaben nicht aufschieben sollte, sondern sie sofort erledigen sollte. Genau. Es ist besser, Dinge rechtzeitig zu erledigen, anstatt sie aufzuschieben. Da hast du recht. Es hilft, Stress und Sorgen zu vermeiden. Ich bin froh, dass wir uns über diese deutschen Sprichwörter austauschen können. Es bereichert unser Verständnis der Sprache. Auf jeden Fall. Sprichwörter und Redewendungen sind ein wichtiger Teil einer Sprache und spiegeln oft die Kultur und Weisheit der Menschen wider. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel wir durch diese Ausdrücke über eine Kultur lernen können. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche über die deutsche Sprache und Kultur. Ich mich auch, Alex. Bis zum nächsten Mal. Bis bald, Anna. Hallo Anna. Ich hoffe, es geht dir gut. Hallo Alex. Ja, mir geht es gut, danke. Wie geht es dir? Mir geht es auch gut, danke der Nachfrage. Ich habe heute ein weiteres deutsches Sprichwort für dich. Morgenstund hat Gold im Mund. Oh ja, das habe ich schon oft gehört. Es bedeutet, dass der Morgen eine besonders gute Zeit ist, um Dinge zu erledigen oder produktiv zu sein. Genau. Der frühe Morgen ist eine Zeit, in der man frisch und energiegeladen ist, und es ist eine gute Gelegenheit, wichtige Aufgaben anzugehen. Das ist wahr. Ich finde es oft einfacher, Dinge in der frühen Morgenstunde zu erledigen, bevor der Tag hektisch wird. Das geht vielen so. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, aller Anfang ist schwer. Oh ja, das ist ein beruhigendes Sprichwort. Es erinnert uns daran, dass es normal ist, dass der Anfang einer neuen Aufgabe oder eines Projekts herausfordernd sein kann. Genau. Es erfordert oft Zeit und Mühe, um sich an etwas Neues zu gewöhnen oder sich einzufinden. Das stimmt. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich nicht zu frustrieren, wenn etwas am Anfang nicht perfekt läuft. Da hast du recht. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, Übung macht den Meister. Ja, das höre ich oft von meinen Eltern. Es bedeutet, dass man durch Übung und Wiederholung seine Fähigkeiten verbessern kann. Genau. Egal. Ob es um Sprachen, Sport oder Musik geht, je mehr wir üben, desto besser werden wir. Das ist eine ermutigende Botschaft. Es zeigt, dass wir mit Engagement und Einsatz viel erreichen können. Absolut. Es gibt auch ein Sprichwort, das besagt, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Oh ja. Das ist ein interessantes Sprichwort. Es erinnert uns daran, dass es manchmal klüger ist, nichts zu sagen und stattdessen zu schweigen. Richtig. Schweigen kann eine starke Aussage sein und uns vor unbedachten Worten bewahren. Ich stimme dir zu. Es ist wichtig, gut darüber nachzudenken, was wir sagen, bevor wir etwas aussprechen. Hast du noch ein deutsches Sprichwort, das du gerne magst? Ja. Ich mag das Sprichwort. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Oh ja. Das ist ein lustiges Sprichwort. Es bedeutet, dass alles endlich ist, außer einer Wurst, die in der Mitte geteilt werden kann. Es ist ein humorvoller Ausdruck, um zu sagen, dass alle Dinge ein Ende haben. Genau. Es erinnert uns daran, die Zeit und die Momente, die wir haben, zu schätzen. Das ist eine wichtige Botschaft. Wir sollten das Beste aus jeder Situation machen. Absolut. Es war wieder einmal eine interessante Unterhaltung über deutsche Sprichwörter und Redewendungen. Ja. Ich habe es wirklich genossen. Sprichwörter sind eine faszinierende Möglichkeit, eine Sprache und eine Kultur besser zu verstehen. Da hast du recht. Es macht Spaß, die Bedeutungen und Geschichten hinter den Ausdrücken zu entdecken. Ich freue mich schon auf weitere Gespräche über die deutsche Sprache und Kultur. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal, Anna. Bis bald, Alex. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 2 Auswirkungen der Technologie auf Reiseerfahrungen In dieser einfachen deutschen Konversation unterhalten sich zwei Freunde, Lisa und Tom, über die Auswirkungen der Technologie auf ihre Reiseerfahrungen. In Teil 1 sprechen sie darüber, wie Technologie das Reisen einfacher und bequemer gemacht hat. Hey Tom, hast du bemerkt, wie sehr sich das Reisen in den letzten Jahren verändert hat? Ja, Lisa. Die Technologie hat definitiv einen großen Einfluss auf unsere Reiseerfahrungen gehabt. Das stimmt. Ich erinnere mich, wie wir früher Landkarten und Reiseführer mitnehmen mussten. Jetzt haben wir alles in unseren Smartphones. Ja, es ist unglaublich bequem. Mit GPS können wir leicht den Weg zu unseren Zielen finden, ohne uns zu verirren. Genau. Und wir können jederzeit nachschauen, welche Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind und wie wir dorthin gelangen. Die Technologie hat auch die Buchung von Unterkünften viel einfacher gemacht. Mit wenigen Klicks können wir Hotels und Ferienwohnungen finden und buchen. Ja, und die Bewertungen und Fotos von anderen Reisenden helfen uns dabei, die beste Unterkunft auszuwählen. Und was ist mit den Flügen? Ich erinnere mich, wie kompliziert es war, früher Flugtickets zu buchen. Oh ja, das war eine Herausforderung. Jetzt können wir online nach den besten Flugangeboten suchen und die günstigsten Preise finden. Es gibt auch viele Apps, die uns helfen, unsere Reisen zu planen und unsere Ausgaben im Blick zu behalten. Richtig. Mit Reise-Apps können wir unsere Reiseroute organisieren und alle wichtigen Informationen an einem Ort haben. Ich denke auch, dass die Technologie es einfacher gemacht hat, mit unseren Lieben zu Hause in Kontakt zu bleiben. Absolut. Dank Smartphones und sozialer Medien können wir Fotos und Updates von unseren Reisen teilen. Und wir können auch Videoanrufe machen, um mit unseren Familien und Freunden zu sprechen, als wären wir immer noch zu Hause. Das hilft uns, uns nicht so einsam zu fühlen, wenn wir weit weg sind. Auf jeden Fall. Die Technologie hat unsere Reiseerfahrungen wirklich bereichert. Es hat aber auch seine Nachteile, oder? Manchmal kann es sein, dass wir uns zu sehr auf unsere Geräte verlassen und das eigentliche Erlebnis verpassen. Da hast du recht. Wir sollten uns bewusst sein, unsere Smartphones auch mal beiseite zu legen und die Umgebung zu genießen. Absolut. Das Reisen sollte eine Möglichkeit sein, neue Orte zu entdecken und andere Kulturen kennenzulernen. Genau. Wir sollten nicht nur auf unsere Bildschirme starren, sondern auch die Menschen und die Schönheit um uns herum wahrnehmen. Ich denke, es geht darum, eine Balance zu finden. Die Technologie kann uns helfen, aber wir sollten sie nicht über unser eigenes Erleben stellen. Du hast recht, Lisa. Es ist wichtig, dass wir unsere Reisen bewusst gestalten und das Beste aus unseren Erfahrungen machen. Ich freue mich auf unsere nächste Reise zusammen, Tom. Es wird sicherlich eine unvergessliche Erfahrung werden. Ich freue mich auch, Lisa. Lasst uns sicherstellen, dass wir die Technologie nutzen, um uns zu unterstützen, aber auch den Moment wirklich zu leben. Das ist der Plan, Tom. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Lisa. Bis bald und gute Reise. Tom, ich habe bemerkt, dass die Technologie nicht nur das Reisen bequemer gemacht hat, sondern auch sicherer. Da hast du absolut recht, Lisa. Mit Smartphones können wir in Notfällen schnell Hilfe bekommen. Ja, das ist beruhigend zu wissen. Wir können unsere Familien über unsere Reiseroute informieren und sie über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden halten. Und wenn wir uns verirren oder in Schwierigkeiten geraten, können wir immer den Standort teilen, damit jemand uns leichter finden kann. Genau. Die Technologie hat uns in gewisser Weise sicherer gemacht, weil wir immer erreichbar sind. Außerdem können wir vor unserer Reise recherchieren und uns über die Sicherheit an unseren Reisezielen informieren. Das stimmt. Wir können nachlesen, welche Gebiete wir besser meiden sollten und welche Gegenden sicher sind. Und wenn wir uns verloren fühlen, können wir uns auf Navigations-Apps verlassen, um den Weg zurückzufinden. Das hat mir schon oft geholfen. Es ist viel weniger stressig, wenn man weiß, dass man den Weg immer nachschauen kann. Definitiv. Die Technologie hat das Reisen auch unterhaltsamer gemacht, oder? Oh ja. Wir können unsere Lieblingsmusik und Podcasts hören, während wir unterwegs sind. Und was ist mit den Reise-Apps? Es gibt so viele, die uns helfen, interessante Orte zu entdecken. Absolut. Ich habe eine App, die mir zeigt, welche Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten es in der Nähe gibt. Das ist eine tolle Möglichkeit, spontan etwas zu unternehmen, wenn wir Zeit haben. Und mit Kamera-Handys können wir unsere Reiseerlebnisse festhalten und später mit anderen teilen. Ich liebe es, meine Fotos auf Social Media zu teilen und die Erinnerungen mit meinen Freunden zu teilen. Das mache ich auch gerne. Es ist schön, positive Reaktionen und Kommentare zu unseren Reisen zu bekommen. Es ist erstaunlich, wie Technologie es uns ermöglicht, mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten und Tipps auszutauschen. Ja. Das hat mir schon oft geholfen, wenn ich nach Empfehlungen für Restaurants oder Aktivitäten gesucht habe. Und manchmal kann man auch neue Freunde auf Reisen finden, indem man sich in Reisegruppen oder Foren engagiert. Das stimmt. Es macht das Reisen sozialer und bereichert unsere Erfahrungen. Nein. Aber auch hier müssen wir vorsichtig sein und uns bewusst sein, dass nicht alles, was wir online sehen, immer sicher ist. Ja. Das ist wahr. Es ist wichtig, unsere persönlichen Informationen und Pläne nicht zu leichtfertig preiszugeben. Wir sollten die Technologie also nutzen, um unser Reiseerlebnis zu verbessern, aber auch wachsam bleiben. Ganz genau. Mit gesundem Menschenverstand können wir die Vorteile der Technologie voll ausnutzen. Ich bin froh, dass wir uns auf unsere Reisen vorbereitet haben und dass wir die Technologie sinnvoll nutzen. Ich auch. Tom. Es macht unsere Reisen so viel angenehmer und stressfreier. Und vor allem macht es so viel Spaß, gemeinsam neue Orte zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Da hast du recht, Tom. Ich freue mich schon auf unsere nächsten Reisen zusammen. Ich mich auch, Lisa. Wir haben noch so viele Orte zu erkunden und Erfahrungen zu sammeln. Dann lass uns weitermachen und die Welt entdecken. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lisa. Auf viele weitere aufregende Reisen mit dir. Tom. Ich habe noch etwas Interessantes bemerkt. Die Technologie hat auch dazu beigetragen, dass wir umweltfreundlicher reisen können. Da hast du recht, Lisa. Wir können jetzt digitale Tickets und Bordkarten verwenden, anstatt Papier zu verschwenden. Ja. Das spart nicht nur Papier, sondern auch Platz in unseren Taschen und Geld für Ausdrucke. Und viele Reiseunternehmen setzen auf umweltfreundliche Technologien, um ihre Co2-Emissionen zu reduzieren. Das ist großartig. Es ist wichtig, dass wir unsere Umwelt schützen und verantwortungsbewusst reisen. Auch in Bezug auf Unterkünfte haben wir jetzt mehr Optionen, die umweltfreundlich sind. Stimmt. Viele Hotels und Gasthäuser achten darauf, energieeffizient zu sein und Abfall zu reduzieren. Und es gibt Apps, die uns dabei helfen, umweltfreundliche Unterkünfte zu finden. Das ist toll. Es macht uns bewusster, wie unsere Entscheidungen das Ökosystem beeinflussen können. Ich denke auch, dass die Technologie dazu beiträgt, dass wir weniger physische Souvenirs kaufen. Das stimmt. Wir können unsere Reiseerinnerungen jetzt digital speichern, anstatt Dinge zu kaufen, die wir vielleicht nicht wirklich brauchen. Und wenn wir doch Souvenirs kaufen möchten, können wir nach handgefertigten oder lokal hergestellten Produkten suchen. Genau. Das unterstützt auch die lokale Wirtschaft und Künstler. Ich finde es auch toll, dass wir mit Technologie nachhaltige Reiseziele und Aktivitäten entdecken können. Ja. Es gibt Apps und Websites, die uns dabei helfen, Orte zu finden, die auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit Wert legen. Und wir können uns auch über umweltfreundliche Transportmöglichkeiten informieren, wie öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrradverleihe. Das macht es viel einfacher, nachhaltige Entscheidungen zu treffen, wenn wir reisen. Ich denke, dass die Technologie dazu beigetragen hat, dass wir uns mehr über unsere Auswirkungen auf die Umwelt bewusst sind. Ja. Das ist ein wichtiger Schritt, um verantwortungsbewusste Reisende zu sein. Es ist toll zu sehen, wie die Technologie uns in so vielen Aspekten des Reisens unterstützt. Ja. Sie hat das Reisen bequemer, sicherer, unterhaltsamer und nachhaltiger gemacht. Und ich bin sicher, dass es noch mehr Innovationen geben wird, die das Reisen in Zukunft noch besser machen. Definitiv. Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und wir können uns auf noch aufregendere Möglichkeiten freuen. Ich freue mich schon auf all die Abenteuer, die wir noch gemeinsam erleben werden. Ich auch, Tom. Es war so schön, unsere Gedanken über die Auswirkungen der Technologie auf das Reisen auszutauschen. Ja. Es hat Spaß gemacht, darüber zu sprechen, wie sehr sich das Reisen durch die Technologie verändert hat. Und ich bin dankbar, dass wir diese Technologie nutzen können, um die Welt zu erkunden und wunderbare Erinnerungen zu sammeln. Ich auch, Lisa. Lasst uns weiterhin die Vorteile der Technologie nutzen und unsere Reisen in vollen Zügen genießen. Absolut. Tschüss, Tom, und bis zum nächsten Abenteuer. Tschüss, Lisa. Auf viele weitere unvergessliche Reisen mit dir. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 3 Harmonie in der Beziehung In diesem Gespräch teilen Lisa und Tom Ratschläge zur Bewältigung von Konflikten in einer Beziehung. Sie diskutieren darüber, wie man effektiv kommuniziert und Kompromisse eingeht, um eine harmonische Beziehung aufrecht zu erhalten. Tom. Ich wollte mit dir über den Umgang mit Konflikten in einer Beziehung sprechen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir lernen, wie wir uns in schwierigen Situationen unterstützen können. Ja. Da stimme ich dir zu, Lisa. Konflikte gehören zu jeder Beziehung. Aber es ist entscheidend, dass wir lernen, sie auf eine gesunde und konstruktive Weise anzugehen. Genau. Tom. Eine gute Kommunikation ist der Schlüssel. Es ist wichtig, dass wir offen und ehrlich miteinander sprechen, unsere Gefühle ausdrücken und aktiv zuhören. Absolut. Lisa. Wenn wir unsere Gefühle teilen und aufmerksam zuhören, können wir besser verstehen, woher der Konflikt kommt und wie wir eine Lösung finden können. Ich denke auch, dass es wichtig ist, respektvoll miteinander umzugehen. Selbst wenn wir unterschiedliche Meinungen haben, sollten wir uns gegenseitig respektieren und unsere Standpunkte akzeptieren. Da hast du recht, Lisa. Respekt ist ein fundamentaler Bestandteil jeder Beziehung. Wenn wir respektvoll miteinander umgehen, können wir Konflikte konstruktiv angehen und Lösungen finden, mit denen beide zufrieden sind. Ich stimme dir zu, Tom. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen. Manchmal müssen wir bereit sein, von unseren eigenen Standpunkten abzuweichen, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das ist richtig, Lisa. Kompromisse einzugehen erfordert Flexibilität und den Willen, aufeinander zuzugehen. Es zeigt, dass wir bereit sind, uns auf den anderen einzulassen und gemeinsam eine Lösung zu finden. Genauso sehe ich das auch, Tom. Es ist wichtig, dass wir uns in schwierigen Momenten daran erinnern, dass wir ein Team sind. Gemeinsam können wir Hindernisse überwinden und eine starke und liebevolle Beziehung aufrechterhalten. Das stimmt, Lisa. Wir sollten uns immer daran erinnern, dass wir auf der gleichen Seite stehen und dass wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Konflikte können auch Chancen für persönliches Wachstum und eine stärkere Bindung bieten. Absolut, Tom. Wenn wir Konflikte als Möglichkeiten zur Verbesserung unserer Beziehung sehen, können wir daraus wachsen und eine noch tiefere Verbindung aufbauen. Ich bin dankbar, dass wir offen über dieses Thema sprechen können, Lisa. Ende Teil 1. Ja, Tom. Ich bin auch dankbar, dass wir offen über dieses Thema sprechen können. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und uns gemeinsam weiterentwickeln. Definitiv, Lisa. Ein weiterer Aspekt, den wir in Betracht ziehen sollten, ist Empathie. Wenn wir uns in die Lage des Anderen versetzen können, wird es uns leichter fallen, Verständnis und Mitgefühl zu zeigen. Absolut, Tom. Indem wir uns in den Anderen hineinversetzen, können wir seine Perspektive besser verstehen und empathischer reagieren. Das stärkt unsere Bindung und erleichtert die Lösung von Konflikten. Stimmt, Lisa. Empathie hilft uns auch dabei, unsere Kommunikation zu verbessern. Wenn wir uns in den Anderen hineinversetzen, können wir unsere Worte und Handlungen bewusster wählen und Missverständnisse vermeiden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vergebung. Konflikte können manchmal zu Verletzungen führen. Aber es ist wichtig, dass wir in der Lage sind, einander zu vergeben und weiterzugehen. Ja, Lisa, Vergebung ist von großer Bedeutung. Es ermöglicht uns, alte Verletzungen loszulassen und einen Neuanfang zu machen. Indem wir vergeben, schaffen wir Raum für Wachstum und eine gesunde Beziehung. Ich bin froh, dass du das ansprichst, Tom. Vergebung erfordert manchmal Zeit und Arbeit. Aber es lohnt sich, um unsere Beziehung zu stärken und unsere Liebe füreinander zu bewahren. Genau. Lisa, eine weitere Möglichkeit, Konflikte zu bewältigen und unsere Beziehung zu stärken, besteht darin, gemeinsam zu wachsen. Indem wir uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig ermutigen, können wir als Paar wachsen und uns weiterentwickeln. Das sehe ich genauso, Tom. Wenn wir gemeinsame Ziele haben und uns gegenseitig ermutigen, können wir unsere Beziehung auf ein neues Level bringen. Wir können uns als Individuen entwickeln und gleichzeitig unsere Verbindung vertiefen. Ich denke auch, Lisa, dass es wichtig ist, Geduld zu haben. Konflikte erfordern Zeit und Arbeit, aber wenn wir geduldig sind und gemeinsam daran arbeiten, können wir erfolgreich sein. Geduld ist in der Tat wichtig, Tom. Es braucht Zeit, um alte Muster zu durchbrechen und neue Gewohnheiten aufzubauen. Aber wenn wir geduldig sind und an unserer Beziehung arbeiten, können wir eine lang anhaltende Harmen-Ende teilzweiten. Tom, ich denke, ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Bewältigung von Konflikten ist die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen. Wir sollten in der Lage sein, gemeinsame Lösungen zu finden, mit denen beide Partner zufrieden sind. Ja, Lisa, das stimmt. Kompromisse sind entscheidend, um einen Ausgleich zu schaffen und die Bedürfnisse beider Partner zu berücksichtigen. Es geht darum, einen Mittelweg zu finden, der für uns beide akzeptabel ist. Absolut, Tom. Ein weiterer Faktor, der uns helfen kann, Konflikte zu bewältigen, ist die offene und ehrliche Kommunikation. Wir sollten unsere Gefühle und Bedürfnisse klar ausdrücken und aktiv zuhören, wenn der andere spricht. Ja, Lisa, Kommunikation ist der Schlüssel. Durch offene Gespräche können wir Missverständnisse vermeiden und Konflikte frühzeitig erkennen. Es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken und Gefühle respektvoll teilen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Ich stimme dir zu, Tom. Kommunikation hilft uns auch dabei, die emotionale Bindung in unserer Beziehung zu pflegen. Indem wir unsere Gedanken und Gefühle teilen, zeigen wir dem anderen, dass wir ihn verstehen und uns um ihn kümmern. Genau. Lisa, durch eine offene Kommunikation können wir Vertrauen aufbauen und eine tiefere Verbindung zueinander entwickeln. Es ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und einander Raum geben, um unsere Gefühle auszudrücken. Ich bin froh, dass du das ansprichst, Tom. Wir sollten auch daran denken, dass Konflikte normal sind und zur menschlichen Natur gehören. Es ist wichtig, dass wir geduldig und liebevoll miteinander umgehen, auch wenn es schwierig wird. Da hast du absolut recht, Lisa. Konflikte sind unvermeidlich, aber es ist unsere Reaktion darauf, die den Unterschied macht. Wenn wir respektvoll und liebevoll miteinander umgehen, können wir unsere Beziehung stärken und weiter wachsen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, die Balance zwischen Geben und Nehmen zu finden. Es ist notwendig, dass wir auf die Bedürfnisse des anderen eingehen und gleichzeitig unsere eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen. Ja, Lisa, Ausgewogenheit ist der Schlüssel. Wir sollten beide bereit sein, Kompromisse einzugehen und uns gegenseitig zu unterstützen. Indem wir einander respektieren und unsere Bedürfnisse berücksichtigen, können wir eine harmonische Beziehung aufrechterhalten. Absolut, Tom. Zusammenfassend denke ich, dass es wichtig ist, Konflikte als Chancen für Wachstum und Verbesserung zu betrachten. Wenn wir sie konstruktiv angehen und gemeinsam daran arbeiten, können wir unsere Beziehung stärken und noch enger zusammenwachsen. Genau. Lisa, Konflikte können uns helfen, uns besser kennenzulernen und unsere Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Indem wir an uns arbeiten und gemeinsam an Lösungen arbeiten, können wir eine liebevolle und erfüllende Beziehung aufbauen. Danke, Tom, dass du dir die Zeit genommen hast, darüber zu sprechen. Ich fühle mich wirklich gut dabei, dass wir so offen und ehrlich miteinander umgehen können. Ich auch, Lisa. Es ist schön zu wissen, dass wir beide daran arbeiten, unsere Beziehung zu stärken und unsere Konflikte auf gesunde Weise zu bewältigen. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 4 Inspirierende Zitate und Lebensweisheiten Eine Unterhaltung zwischen Lisa und Jonas über inspirierende Zitate und Lebensweisheiten Guten Tag. Jonas, wie geht es dir heute? Guten Tag. Lisa, mir geht es gut. Danke. Und bei dir? Mir geht es auch gut. Hast du ein Lieblingszitat, das dich inspiriert? Ja, mein Lieblingszitat ist, lebe jeden Tag, als wäre es dein letzter. Es erinnert mich daran, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Wie ist es bei dir? Hast du auch ein Lieblingszitat? Ein Zitat, das mich inspiriert, ist, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Es ermutigt mich, selbst aktiv zu werden und einen positiven Beitrag zu leisten. Gibt es auch bestimmte Lebensweisheiten oder Lehren, die du schätzt? Eine Lebensweisheit, die ich schätze, ist, Geduld ist eine Tugend. Sie erinnert mich daran, geduldig zu sein und die Dinge ihren natürlichen Lauf nehmen zu lassen. Wie ist es bei dir? Gibt es bestimmte Lebensweisheiten oder Lehren, die du schätzt? Ich schätze die Lehre, dass man aus Fehlern lernen kann. Jeder Fehler bietet eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung. Gibt es auch bestimmte Menschen oder Vorbilder, die dich inspirieren? Ein Vorbild für mich ist Nelson Mandela. Seine Standhaftigkeit und sein Einsatz für Gerechtigkeit sind inspirierend. Wie ist es bei dir? Hast du bestimmte Menschen oder Vorbilder, die dich inspirieren? Eine inspirierende Person für mich ist Malala Youssefzai. Ihr Mut und ihr Engagement für Bildung sind bewundernswert. Es war schön, mit dir über inspirierende Zitate und Lebensweisheiten zu sprechen, Jonas. Ja, das war es. Inspirierende Zitate und Lebensweisheiten können uns daran erinnern, das Beste aus uns selbst herauszuholen. Bis zum nächsten Mal, Lisa. Bis bald, Jonas. Hallo Jonas. Wie war dein Tag bisher? Hallo Lisa. Mein Tag war gut. Danke. Und bei dir? Mein Tag war auch gut. Gibt es noch andere Zitate, die dich inspirieren? Ja. Ein weiteres Zitat, das mich inspiriert, ist, in der Mitte von Schwierigkeiten liegen Möglichkeiten. Es erinnert mich daran, dass in Herausforderungen Chancen verborgen sein können. Wie ist es bei dir? Gibt es noch andere Zitate, die dich inspirieren? Ein Zitat, das mich inspiriert, ist, der Weg zum Erfolg ist mit Steinen gepflastert. Aber jeder Stein kann ein Schritt nach oben sein. Es erinnert mich daran, dass jeder kleine Fortschritt wichtig ist. Gibt es auch bestimmte Lebenslektionen oder Erfahrungen, die dich geprägt haben? Eine wichtige Lebenslektion, die mich geprägt hat, ist, dass es manchmal notwendig ist, aus der Komfortzone auszubrechen, um persönliches Wachstum zu erreichen. Wie ist es bei dir? Gibt es bestimmte Lebenslektionen oder Erfahrungen, die dich geprägt haben? Eine wichtige Lebenslektion für mich war, dass es wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben und seine eigenen Werte und Überzeugungen zu verteidigen. Gibt es auch bestimmte Bücher oder Filme, die dich inspiriert haben? Ein Buch, das mich inspiriert hat, ist, Zidata, von Hermann Hesse. Es handelt von der Suche nach spiritueller Erleuchtung und Selbstfindung. Wie ist es bei dir? Hast du bestimmte Bücher oder Filme, die dich inspiriert haben? Ein Film, der mich inspiriert hat, ist, Der Club der Toten Dichter. Er ermutigt dazu, das eigene Leben bewusst zu gestalten und dem eigenen Herzen zu folgen. Es war schön, mit dir über inspirierende Zitate und Lebensweisheiten zu sprechen, Jonas. Ja, das war es. Inspirierende Zitate und Lebensweisheiten können uns motivieren und zum Nachdenken anregen. Bis zum nächsten Mal, Lisa. Bis bald, Jonas. Guten Tag, Jonas. Wie geht es dir heute? Guten Tag, Lisa. Mir geht es gut, danke. Und bei dir? Mir geht es auch gut. Gibt es noch weitere Zitate, die dich inspirieren? Ja, ein weiteres Zitat, das mich inspiriert, ist, Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Es erinnert mich daran, dass ich selbst aktiv werden kann, um positive Veränderungen zu bewirken. Wie ist es bei dir? Gibt es noch weitere Zitate, die dich inspirieren? Ein weiteres inspirierendes Zitat ist, Das Glück deines Lebens hängt von der Qualität deiner Gedanken ab. Es erinnert mich daran, dass unsere Einstellung einen großen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Gibt es auch bestimmte Menschen oder Erfahrungen, die dich geprägt haben? Eine Erfahrung, die mich geprägt hat, war eine freiwillige Arbeit im Ausland. Sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, anderen zu helfen und dankbar für das zu sein, was wir haben. Wie ist es bei dir? Gibt es bestimmte Menschen oder Erfahrungen, die dich geprägt haben? Ein Mensch, der mich sehr geprägt hat, ist meine Großmutter. Sie hat immer eine positive Einstellung und hat mir beigebracht, dankbar zu sein und das Leben zu genießen. Gibt es auch bestimmte Werte oder Prinzipien, die dir wichtig sind? Ein Wert, der mir wichtig ist, ist Respekt. Ich glaube daran, dass Respekt für sich selbst und andere die Grundlage für ein harmonisches Miteinander ist. Wie ist es bei dir? Gibt es auch bestimmte Werte oder Prinzipien, die dir wichtig sind? Ja, das war es. Inspirierende Zitate und Lebensweisheiten können uns daran erinnern, was im Leben wirklich zählt. Bis zum nächsten Mal, Lisa. Bis bald, Jonas. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 5 Mentale Gesundheit In diesem Dialog sprechen Lisa und Alex über die Bedeutung der mentalen Gesundheit, die Herausforderungen, mit denen Menschen konfrontiert sind, und die verschiedenen Formen der Unterstützung und Aufklärung, die verfügbar sind. Sie tauschen ihre Erfahrungen und Meinungen aus und ermutigen dazu, offen über mentale Gesundheit zu sprechen. Alex, ich habe bemerkt, dass in unserer Gesellschaft immer mehr über mentale Gesundheit gesprochen wird. Es scheint, als ob immer mehr Menschen mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Was denkst du darüber? Du hast recht, Lisa. Die mentale Gesundheit ist ein wichtiges Thema, das leider oft vernachlässigt wird. Es ist wichtig, dass wir die Stigmatisierung um psychische Probleme abbauen und Menschen ermutigen, offen darüber zu sprechen. Absolut. Alex, es ist wichtig zu erkennen, dass mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit. Wir sollten uns um unser geistiges Wohlbefinden genauso kümmern wie um unseren Körper. Da hast du recht, Lisa. Es gibt viele Menschen da draußen, die mit Angst, Depression oder anderen psychischen Problemen kämpfen. Es ist wichtig, dass wir ihnen Unterstützung und Empathie bieten. Ja, genau. Ich denke, eine der Herausforderungen besteht darin, dass psychische Probleme oft unsichtbar sind. Menschen können äußerlich gesund aussehen, aber innerlich leiden sie. Deshalb ist es wichtig, sensibel zu sein und Menschen nicht zu verurteilen. Absolut, Lisa. Wir müssen uns bewusst machen, dass psychische Probleme jeden treffen können, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Hintergrund. Es ist wichtig, dass wir Menschen in schwierigen Zeiten unterstützen und ermutigen, Hilfe zu suchen. Genau. Es gibt verschiedene Formen der Unterstützung, die wir anbieten können. Zum Beispiel können wir jemandem einfach zuhören, ohne zu urteilen, oder sie ermutigen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist wahr, Lisa. Es gibt auch viele Organisationen und Hilfsangebote, die Menschen mit psychischen Problemen unterstützen. Es ist wichtig, dass wir über diese Ressourcen informiert sind und sie anderen zugänglich machen. Ich stimme dir zu, Alex. Eine gute Möglichkeit, das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu fördern, ist auch durch Aufklärungskampagnen und Veranstaltungen, bei denen Menschen mehr über psychische Probleme erfahren können. Definitiv. Indem wir über mentale Gesundheit sprechen und Informationen teilen, können wir dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und eine unterstützende Umgebung zu schaffen. Abschließend denke ich, dass es wichtig ist, dass wir alle Teil einer Bewegung sind, die sich für mentale Gesundheit einsetzt und Menschen dazu ermutigt, über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen. Da bin ich ganz deiner Meinung, Lisa. Wenn wir gemeinsam an der Sensibilisierung für mentale Gesundheit arbeiten, können wir einen positiven Einfluss auf das Leben vieler Menschen haben. Alex, wir haben über die Bedeutung der mentalen Gesundheit gesprochen. Aber wie können wir aktiv für unser eigenes Wohlbefinden sorgen? Das ist eine gute Frage, Lisa. Selbstfürsorge ist entscheidend für unsere mentale Gesundheit. Wir können regelmäßige Ruhezeiten einplanen, uns gesund ernähren, ausreichend Schlaf bekommen und Aktivitäten machen, die uns Freude bereiten. Stimmt, Alex. Wir sollten uns auch bewusst sein, wie wir mit Stress umgehen. Jeder erlebt Stress, aber es ist wichtig, gesunde Bewältigungsmechanismen zu entwickeln, wie zum Beispiel Meditation, Sport oder das Sprechen mit vertrauenswürdigen Personen. Absolut, Lisa. Es kann auch hilfreich sein, einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Wir sollten uns Zeit nehmen, um uns zu entspannen und auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten. Ja, das stimmt. Aber was ist, wenn jemand in unserem Umfeld mit psychischen Problemen zu kämpfen hat? Wie können wir unterstützen? Eine Möglichkeit ist, einfach für Sie da zu sein und Ihnen zuzuhören, wenn Sie darüber sprechen möchten. Wir können auch Informationen über professionelle Hilfe bereitstellen oder gemeinsam nach Unterstützungsangeboten suchen. Das klingt gut, Alex. Es ist wichtig, dass wir Menschen mit psychischen Problemen nicht alleine lassen und Ihnen zeigen, dass sie nicht alleine sind. Genau. Lisa. Eine starke Gemeinschaft kann einen großen Unterschied machen. Wir können uns zusammenschließen, um Veranstaltungen oder Aktivitäten zu organisieren, die das Bewusstsein für mentale Gesundheit stärken. Das ist eine großartige Idee, Alex. Gemeinschaftsunterstützung und Solidarität können dazu beitragen, Stigmatisierung abzubauen und Menschen zu ermutigen, nach Hilfe zu suchen. Definitiv, Lisa. Je mehr wir über mentale Gesundheit sprechen und uns gegenseitig unterstützen, desto stärker wird unsere Gesellschaft. Abschließend denke ich, dass es wichtig ist, dass wir alle Verantwortung für unsere eigene mentale Gesundheit übernehmen und anderen helfen, ihre eigene Reise zur Genesung und zum Wohlbefinden zu finden. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Lisa. Durch Aufklärung, Unterstützung und Mitgefühl können wir einen positiven Einfluss auf das Leben vieler Menschen haben. Alex, wir haben bereits viel darüber gesprochen, wie wir uns selbst um unsere mentale Gesundheit kümmern können. Aber eines der größten Hindernisse für Menschen mit psychischen Problemen ist die Stigmatisierung. Wie können wir damit umgehen? Du hast recht, Lisa. Stigmatisierung kann Menschen davon abhalten, offen über ihre Probleme zu sprechen oder Hilfe zu suchen. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass psychische Probleme genauso real und behandlungsbedürftig sind wie körperliche Erkrankungen. Indem wir offen darüber sprechen und Vorurteile abbauen, können wir dazu beitragen, die Stigmatisierung zu reduzieren. Das ist ein wichtiger Punkt, Alex. Aufklärung spielt eine große Rolle. Je mehr wir über psychische Gesundheit wissen, desto besser können wir Menschen unterstützen und ihnen die nötige Hilfe zukommen lassen. Genau, Lisa. Indem wir Informationen über psychische Gesundheit teilen, können wir Vorurteile abbauen und das Verständnis und die Empathie in unserer Gesellschaft fördern. Da stimme ich dir zu, Alex. Schulen spielen auch eine wichtige Rolle bei der Förderung der mentalen Gesundheit. Was denkst du darüber? Schulen sind tatsächlich ein idealer Ort, um das Bewusstsein für mentale Gesundheit zu schärfen. Sie können Programme einführen, die den Schülern helfen, Stress zu bewältigen, über emotionale Gesundheit sprechen und Ressourcen für psychische Probleme bereitstellen. Das ist großartig, Alex. Indem wir frühzeitig in der Schule über mentale Gesundheit sprechen, können wir die nächste Generation dabei unterstützen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und sich um ihr eigenes Wohlbefinden zu kümmern. Absolut, Lisa. Wir können auch darauf achten, dass Schulen eine positive und unterstützende Umgebung schaffen, in der Schüler sich sicher fühlen, über ihre Gefühle zu sprechen und Unterstützung zu suchen. Das ist ein wichtiger Aspekt, Alex. Eine unterstützende Umgebung kann einen großen Unterschied machen, insbesondere für Jugendliche, die mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind. Ja, Lisa. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Förderung der mentalen Gesundheit eine gemeinschaftliche Aufgabe ist. Indem wir offen darüber sprechen, Stigmatisierung bekämpfen, Aufklärung betreiben und Schulen einbeziehen, können wir eine positive Veränderung bewirken. Ich stimme dir vollkommen zu, Alex. Die Förderung der mentalen Gesundheit sollte uns allen am Herzen liegen. Und gemeinsam können wir dazu beitragen, dass sich immer mehr Menschen um ihre mentale Gesundheit kümmern und Unterstützung erhalten. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal. Es hilft uns wirklich. Danke. Dialog 6 Nationale Traditionen und Bräuche In dieser Konversation tauschen Lisa und Paul ihre Gedanken über nationale Traditionen und Bräuche aus. Sie sprechen über verschiedene Feiertage und typische Gewohnheiten in ihrem Land. Paul, es ist interessant, wie jedes Land seine eigenen Traditionen und Bräuche hat. Ja, das ist wahr. Jedes Land hat einzigartige Feiertage und Rituale, die seine Kultur prägen. In Deutschland haben wir viele traditionelle Feiertage. Einer meiner Lieblingsfeiertage ist Weihnachten. Oh ja, Weihnachten ist auch in meinem Land ein wichtiger Feiertag. Wie feierst du Weihnachten in Deutschland? Traditionell feiern wir Heiligabend mit unserer Familie. Wir schmücken den Weihnachtsbaum und singen Weihnachtslieder. Das klingt schön. In meinem Land haben wir ähnliche Bräuche. Wir tauschen auch Geschenke aus und feiern mit unseren Lieben. Und dann haben wir Silvester, wenn wir das neue Jahr mit Feuerwerk und Partys begrüßen. Bei uns ist Silvester auch ein großer Feiertag. Wir feiern mit Freunden und Familie und stoßen um Mitternacht auf das neue Jahr an. Es ist faszinierend, wie sich die Bräuche in verschiedenen Ländern ähneln, aber auch Unterschiede aufweisen. Ja, das stimmt. Jedes Land hat seine eigenen einzigartigen Traditionen, die es besonders machen. Gibt es in deinem Land noch andere besondere Feiertage oder Traditionen? Ja, wir haben auch einen Nationalfeiertag, an dem wir die Gründung unseres Landes feiern. Es ist ein Tag voller Stolz und Patriotismus. Das klingt nach einem bedeutungsvollen Feiertag. In Deutschland haben wir den Tag der Deutschen Einheit, der auch ein wichtiger Nationalfeiertag ist. Es ist erstaunlich, wie Feiertage uns dazu bringen, unsere Identität und Geschichte zu feiern. Absolut. Sie sind auch eine Gelegenheit, mit unseren Familien und Freunden zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Neben den Feiertagen haben verschiedene Länder auch ihre eigenen kulturellen Gewohnheiten und Bräuche im Alltag. Ja, das ist wahr. In Deutschland haben wir viele regionale Bräuche, die von einer Stadt zur anderen variieren können. In meinem Land haben wir auch regionale Unterschiede in den Bräuchen und Traditionen. Es macht die Kultur bunt und vielfältig. Das finde ich so interessant. Es ist schön zu sehen, wie vielfältig die Welt ist und wie verschiedene Kulturen miteinander interagieren. Ja, das ist definitiv etwas Besonderes. Es ermöglicht uns, voneinander zu lernen und uns zu bereichern. Ich denke, es ist wichtig, unsere Traditionen und Bräuche zu bewahren und an die nächste Generation weiterzugeben. Da bin ich ganz deiner Meinung. Unsere kulturelle Identität ist ein kostbares Erbe, das wir schützen sollten. Ich freue mich darauf, noch mehr über die Traditionen und Bräuche in deinem Land zu erfahren. Und ich bin gespannt, mehr über die Kultur und Feiertage in Deutschland zu lernen. Es ist so aufregend, dass wir so viel voneinander lernen können. Paul, wir haben auch einige besondere regionale Feste in Deutschland. Eines davon ist das Oktoberfest. Ah, das Oktoberfest. Ich habe davon gehört. Es ist eines der berühmtesten Feste in Deutschland, oder? Ja, genau. Es findet in München statt und dauert etwa zwei Wochen. Es ist ein großes Bierfest mit traditioneller bayerischer Kleidung und Musik. Das klingt nach einer lustigen Zeit. In meinem Land haben wir auch ein berühmtes Festival, das viele Touristen anzieht. Es heißt Karneval. Karneval klingt auch aufregend. Was genau passiert während des Karnevals in deinem Land? Der Karneval dauert mehrere Tage und ist eine Zeit des Feierns und der Freude. Die Menschen tragen bunte Kostüme und es gibt Umzüge mit Musik und Tanz. Das hört sich nach einer farbenfrohen Veranstaltung an. Ich denke, Feste wie diese stärken das Gemeinschaftsgefühl und bringen die Menschen zusammen. Ja, das tun sie definitiv. Es ist eine Gelegenheit, Spaß zu haben und die Sorgen des Alltags für eine Weile hinter sich zu lassen. Neben den Feiertagen gibt es auch viele kulturelle Gewohnheiten im Alltag, die unser Leben beeinflussen. Das ist wahr. In meinem Land haben wir zum Beispiel bestimmte Essensgewohnheiten und Tischmanieren, die in anderen Ländern anders sein können. Oh ja. Essen spielt eine wichtige Rolle in der Kultur. In Deutschland haben wir einige typische Gerichte, wie zum Beispiel Sauerkraut und Bratwurst. Das klingt lecker. In meinem Land haben wir auch traditionelle Gerichte, die uns an unsere Wurzeln erinnern. Es ist so interessant, wie Essen uns mit unserer Kultur verbindet und uns ein Gefühl von Heimat gibt, egal wo wir sind. Absolut. Es ist auch schön, dass wir die Möglichkeit haben, die kulinarischen Traditionen anderer Länder kennenzulernen und zu genießen. Neben dem Essen gibt es sicherlich auch andere kulturelle Gewohnheiten, die unsere Identität prägen. Ja, zum Beispiel haben wir bestimmte Tänze und Musikstile, die in unserem Land beliebt sind und unsere Kultur widerspiegeln. Musik ist wirklich eine universelle Sprache, die uns verbindet. In Deutschland haben wir auch viele verschiedene Musikrichtungen und Tanzstile. Es ist großartig, wie vielfältig die Welt ist und wie viele verschiedene kulturelle Ausdrucksformen es gibt. Ich stimme dir vollkommen zu. Es zeigt uns, wie bunt und vielfältig das Leben sein kann. Es ist so bereichernd, mit Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen in Kontakt zu treten und voneinander zu lernen. Da hast du recht. Wir können so viel voneinander lernen und unseren Horizont erweitern. Ich freue mich darauf, noch mehr über die Traditionen und Bräuche in Deutschland zu erfahren. Und ich kann es kaum erwarten, mehr über dein Land zu erfahren. Das geht mir genauso. Es ist so aufregend, unsere kulturellen Erfahrungen zu teilen und zu entdecken, was uns verbindet und was uns einzigartig macht. Paul, ich stimme dir zu, dass der interkulturelle Austausch so bereichernd ist. Es erweitert unseren Horizont und hilft uns, die Welt aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Definitiv, Lisa. Es ist erstaunlich, wie viel wir lernen können, wenn wir offen für neue Erfahrungen sind und bereit sind, andere Kulturen zu respektieren. Absolut. Ich denke, es ist auch wichtig, Vorurteile abzubauen und einander mit Offenheit und Toleranz zu begegnen. Da hast du recht. Indem wir andere Kulturen kennenlernen, können wir Vorurteile abbauen und uns auf das konzentrieren, was uns verbindet, anstatt uns auf das zu konzentrieren, was uns trennt. Genau. Es gibt so viele Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen, unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft. Das stimmt. Wir alle haben ähnliche Bedürfnisse und Gefühle. Und es ist wichtig, diese menschlichen Verbindungen zu schätzen. Ich denke, dass kulturelle Vielfalt eine Stärke ist. Sie bereichert unsere Gesellschaften und bringt neue Perspektiven in unser Leben. Das sehe ich genauso. Die Vielfalt in unseren Kulturen macht die Welt zu einem interessanten und aufregenden Ort. Wir sollten uns gegenseitig respektieren und voneinander lernen, um eine inklusive und tolerante Gesellschaft zu schaffen. Absolut. Indem wir uns gegenseitig respektieren und schätzen, können wir dazu beitragen, eine Welt zu schaffen, in der sich jeder akzeptiert fühlt. Es ist schön zu sehen, wie die Welt immer mehr zusammenwächst und wie wir uns durch Technologie und Reisen leichter austauschen können. Ja, die Globalisierung hat sicherlich dazu beigetragen, dass Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt leichter miteinander kommunizieren können. Es ist erstaunlich, wie Technologie uns alle miteinander verbindet, egal wie weit wir räumlich voneinander entfernt sind. Es ist wirklich bemerkenswert. Wir können jetzt mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt treten und Informationen über Kulturen und Traditionen austauschen. Und das ermöglicht es uns, kulturelle Barrieren zu überwinden und uns besser zu verstehen. Auf jeden Fall. Es ist wichtig, offen für neue Erfahrungen zu sein und andere Kulturen mit Neugier und Respekt zu betrachten. Ich denke, dass der Austausch von kulturellen Traditionen uns auch inspirieren kann, unsere eigene Kultur zu schätzen und zu bewahren. Da stimme ich dir zu. Wenn wir die Kulturen anderer Menschen kennenlernen, können wir auch stolz auf unsere eigenen Wurzeln sein. Abschließend denke ich, dass es wichtig ist, dass wir die kulturelle Vielfalt feiern und uns bewusst machen, wie sie uns als Menschen bereichert. Ja, wir sollten die Schönheit und Einzigartigkeit jeder Kultur schätzen und uns dafür einsetzen, dass sie erhalten bleibt. Ich freue mich darauf, mehr über deine Kultur zu erfahren, Paul, und ich bin froh, dass wir diese Gespräche führen konnten. Ich freue mich auch darauf, mehr über deine Kultur zu erfahren, Lisa. Es war eine wunderbare Erfahrung, diese Gespräche zu führen. Lass uns weiterhin offen für den interkulturellen Austausch sein und gemeinsam die Schönheit der Vielfalt feiern. Das klingt nach einem tollen Plan, Lisa. Ich freue mich auf weitere inspirierende Gespräche mit dir. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Vergessen Sie nicht es zu liken und zu abonnieren. Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben.